So, Halli Hallöchen, Hanspd, willkommen zurück zu Let's Play Evo Land 2. Das ist die letzte Sadista, die übrig ist in dem Wald. Ich hab mir gedacht, komm, ich fang, bevor ich mit dem Nachschauen anfange, guck ich doch lieber an die Orte, wo was ist. Und da müssen wir das Bäumchen hier rüber schieben. Kriegen wir das irgendwie in der Zeit gleich rüber? Gleich ganz rüber? Das wär ja dann schnell gemacht. Ah, könnte knapp werden. Nee, von normal reicht's nicht. Wenn wir irgendwie außenrum gehen? Moment, das hier war in die Zukunft, kann das sein? Okay. In der Zukunft Pense und dann kann man hier aber nicht rüber. Okay. Nee, dann doch in der Vergangenheit. Die letzten Parts. Puh, das Spiel streckt sich doch ziemlich lang. Ich hab jetzt, äh, es ist gerade 3 nachts und ich beschließe, komm, ich zieh's doch noch durch. Scheiße, hier kommen wir nicht rüber. Hier kommen wir auch nicht vorbei, oder? Nee, der will nicht. Werden wir ihn kurz runterschieben? Au, und tot. Stimmt, man darf die ja nicht berühren, wenn man sie schiebt. Hätte ich bedanken sollen. Okay. So, hau nochmal... Nee, warte, du bist der Falsche. Der... Ich krieg nix gebacken. So. Geh mal weg. Naja, du schießt immer noch ziemlich scheiße. Du schießt immer noch... Naja, naja... Oder? Wenn wir jetzt die Zeit wechseln, können wir doch den dann rechts vertreiben. Kann das sein? Geh du mal... Weiß nicht. Weg. Scheiße, falsch rum. Hier kommen wir nicht vorbei. So. Geht er nach hinten? Nee, jetzt geht er nach rechts. Warte. Wenn wir ganz aufladen. Shit, reicht nicht. Arrgh! Ich will, dass du... Weg gehst! Ach, verdammt. Nee. Komm, wir schieben den nochmal hoch. Äh! Ich laufe ja schon. Die laufen irgendwie schneller in der Zukunft als in den anderen beiden Zeiten, kann es sein. Hm. Äh, du... Pisser, gehst weg. Ähm... Hier gab's... Doch... Noch mal eine Zeit. Genau, die Gegenwart. Na, probieren wir es da mal. Äh... Ui! Aua! Schleim, Mann! Wieso? Nee, da kommen wir immer noch nicht vorbei. Und hier kann man aber nochmal in die Zukunft. Ach komm, ich will doch nur die letzte Satis... Wie kommen wir denn da unten hin? Wir sind voll im Dickicht. Ähm... Äh... Hä, wie soll denn das gehen? Wie soll ich dir die denn rüber... rüberkriegen? So, hier bist du noch friedlicher Baum. Okay. Ich komm da doch gar nicht mehr hin. Oder? Na, oben komm ich nicht durch. Hab ich's jetzt verkackt? Das kann doch nicht sein, da muss man doch... Irgendwie muss das Rätsel doch zu lösen sein. Donner nochmal in Vergangenheit. Okay, machen wir 20... Äh... Einen ganzen 20-minütigen Partlufers Rätsel. Aber dann kommen wir da in die letzte Truhe und... Weiß nicht. Ja, wir kommen in die letzte Truhe. Und Navi ist dann glücklich. Warte, er steht nicht ganz... Doch, er steht ganz oben. Verdammt. Doch, irgendwie so mit... Geh mal runter. Aber in der Zukunft können wir doch da jetzt nicht rechts vorbei. Das geht doch gar nicht. Ich will dich irgendwie hochschicken. Ja, 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 ja. Okay, er ist schon mal ein bisschen höher. Das ist gut. So, dann können wir da was anfangen. Gehen wir mal in die Zukunft. Dann können wir den einen Stinky wieder hochschieben. Der pennt, der pennt auch. Ach, von da links kommen wir da rüber. Ach so. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, wie man da rüberkommt. Okay, das war voll unnötig, dass wir uns hier aufgehalten haben. Wir müssen hier hin. So. Menos, plopp mal den Pilz runter. Zukunft. Ja, hier kommen wir nicht vorbei. Wir müssen jetzt in der Zukunft lösen. Und zwar muss der blaue Pilz währenddessen unten sein. So, noch mal. Mhm. Nochmal. Und noch ein letztes Mal. Eine Sache habe ich nachgelesen. Und zwar kann man den Kerker wieder betreten. Weil da haben wir ja auch ganz am Anfang vom Spiel eine Truhe verpasst. Also da kommt man wieder rein. Man muss nur mit irgendeiner Wache sprechen. Ich weiß nicht welche, aber das finden wir dann raus, wenn wir in der Stadt sind. Und dann... Ich glaube da gibt es dann auch einen Stern oder so. So, der ist jetzt drüben. Über der Sadista kann es sein. Oder müssen wir den... Oh. Ups. Das war ein bisschen falsch geschoben. Äh. Ah, jetzt müssen wir nochmal in die Vergangenheit und den noch mehr schieben. Äh. Ist das erzähnt. Okay, Menos. Boom. Puh. Sehr... Anstrengend und intensiv. So, boom. Und... Boom. Ne. Warte. Was mache ich denn? Ah. Wir müssen doch gar... Warte, wo ist das Portal? Oh, ich bin voll am Ende. Oh Gott. Äh. Menos, mach nochmal. Das Aufladen ist ja echt nervig. Und nochmal. So, ich muss erst hier zurück. Damit ich da oben zurück kann. Damit ich hier nach rechts kann. Oh Gott. Oh. Ich dachte gerade, ich hau schon voll daneben. Tju. Tududu. Ui. Ui. So. Jetzt geh da nach... Nach... Noch weiter. Äh. Menos. Falsch. Na wie. So, geh noch weiter. Äh. Okay. Ja. Lauf. Lauf, Hetzag. Lauf. 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 Brav. Das passt. So, dann müssen wir jetzt nochmal hoch. Und nochmal hoch. Und nochmal hoch. Um hier in die Zukunft zu können. Um hier in die Vergangenheit zu können. Äh. Gegenwart. So. Und dann, um Navi zu sagen, brenn den Arsch nieder. Hup. Bam. Und es war die letzte... Tju. Navi glücklich. Hey. Juhu. Ihr habt die ganzen Sadistas hochgejagt. Ganz schön stark für einen Menschen, was? Los. Behalt euch auf zum Yoda-Baum. Achso. Gibt er uns dann die Karte. Äh. Okay. Ähm. Ich will aber noch nicht. Ich will erst noch was sammeln. Ähm. Wenn wir jetzt hier in die Vergangenheit gehen. Ne. Das ist die Zukunft. Ne. Das ist die Vergangenheit. Zukunft. Zukunft. Shit. Aua. Hab ich verdient. Ähm. Komm mal ab. Dass die Schleime auch immer respawnen müssen, ey. Echt schlimm. So. In der Zukunft. Kann ich dich irgendwie doch noch wegschubsen? Na. Ne. Ne. Ich muss eigentlich in die Vergangenheit. Ich muss in die Vergangenheit. So. Weil ich brauche ja die Truhe da links auch noch. Die will ich ja auch noch holen. So. Ploppt. Na. Da kommen wir auch so vorbei. Abkürzung. Äh. Velvet. Für das Wasser. Oh. Jetzt waren wir aber echt lang genug im Wald. So. Scheiße. Es geht bis nach ganz unten, oder? Geh. Ich. Ja. Ah. Uhhh. Kann man dich nicht irgendwie noch wegkriegen? Du nervst. Muss ich doch noch in die Zukunft. Och Mann. Och Mann. Doch nochmal. In die Zukunft. Dass wir. Hier. Hör. Dahin können. Shit. Jetzt ist die Tomate im Weg. Och komm. Das ist doch dämlich. Jetzt muss man die. Gegen. Erhält die Tomate auch die. Die Dings. Vom. Vom Leib. So. Ja. Friere nochmal auf. Äh. Friere nochmal auf. Tau nochmal auf. Hält die auch hier die Bodenteile vom. Jein. Ja. Okay. So. Dann durch. Euch kurz killen. Dann darf Fina einmal ran. Na wo ist er? Aua. Da drüben. So. Verpiss dich wieder nach. Genau. Nach da hinten. Boah. So. Jetzt nochmal in die Vergangenheit. Och Gott. Das ist die Zukunft. Erst in die Zukunft. Dann in die Vergangenheit. Zukunft. Vergangenheit. Truhe. Gib uns da was Gescheites. Können wir hier abkürzen? Ne. Ja. Warum auch? Das steht da im Weg. Aber das juckt mich nicht. Velvet. Friere das Wasser ein. Und die kleine Tomate. Jetzt lass mich da bitte vorbei. Und all den Scheiß holen. Ja. Oh Gott. Endlich. Die Truhe. Und da kriegen wir. Kuro. Ah. Yay. Wir. Und selbst. Noch 6, 7 Karten fehlen. Ah ja. Habe ich schon am Anfang vom Part gesagt. Eine Karte hat es nie gespeichert. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Wir sind zu fett. Eine Karte hat es nie gespeichert. Und zwar die. Die wir vor 8 Parts gesammelt haben. In Nibiru. Und. Deswegen war es. Äh. War es immer unsynchron mit der Videobeschreibung. Also die letzten 7 Parts. Um eine Karte immer frisch. Als Videobeschreibung stimmt. Aber was ingame gezeigt wurde. Mit das ist die Karte. Da müsste man immer 1 drauf addieren. Weil es die eine Karte nicht gespeichert hat. Am Ende. So. Jetzt können wir hier aber. Bitte. Endlich durch. Äh. Nochmal in die Zeit. Der Wald ist mir viel zu kompliziert. Es gibt anscheinend Speedruns. Die. Wir haben das Spiel innerhalb von 5 1,5 Stunden durchgespielt. Und ich glaube wir sind jetzt schon wieder 4 mal so lang oder so. So. Hopf da hoch. Dann brauchen wir Minos. Bam. Dann brauchen wir nochmal Minos. Ja komm. Lad dich ab man. Und Yoda Baum. Hm. Oh. Oh. Befreit von diesem Jadister. Weil ihr abbelohnen muss ich euch dann. Höhöhöh. Und wir kriegen noch die Yoda Baum als Karte. Ich bin voll die Sharky Karte. Der gesamte Wald dankt euch für eure Hilfe. Hey. Das war ein korrekter Satz. Wie geht das? Äh. Für eure Hilfe der gesamte Wald euch dankt. Hm. Gut. Lassen wir durchgehen. Ich will hier endlich raus. Können wir einfach so rauslaufen? Der Blitz muss nach unten. Komm schon. Nix im Weg. Ja ja. Das Bäumchen. Bitte sagen wir hier ist Vergangenheit. Oh danke. Und wir kommen endlich raus. Das war echt ein... Ach, scheiße. Moment. Noch eine letzte Sache natürlich. Wir müssen ja erstmal noch in die Gegenwart. So. Na. Bam. Ey, tut mir leid, ich kann nicht. Ciao. Ja, ja. Tschüss, Navi. Voll schön, dass du da warst. Der Wald ist echt scheiße. Oh, war der nervig. Aber ich hoffe, wir müssen nie wieder zurück. Und hier haben wir alles. Ja. 93,7%. Gut. Macht's gut, Waldwäldchen. So, endlich. Dann... Moment, wir sind in der Vergangenheit. Cool. Äh, nee, ich wollte woanders hin. Nee, Gegenwart. Nee, Vergangenheit. Vergangenheit, Vergangenheit. Dann wollte ich in der... In der Vergangenheit war es, oder? Oder war es Gegenwart, wo man im... Nee, wir sind in der Gegenwart. Genau, war das hier mit dem Kerker, oder war das in der Vergangenheit? Hier gibt's nix androhen und so. Hallo? Nee, du bist da mit dem Kolossium. Oh, sei dir... Äh, nee. Das hab ich mir gedacht. Niemand ist dermaßen dumm, um das zu machen. Aha, da ist ein Versteck. So, das alte Kassel ist nicht mehr genutzt. Alle Gefangenen, Dämonen, dort machen wir ja. Nee, dann war es in der Vergangenheit des Gefängnisses. Hm. Wir können jetzt in unsere Geheimbasis. Ähm... Was, hier hat's ne Truhe? In den Häusern? In den Häusern hat's ne Truhe? Wo denn? Ähm... Da oben in der Bibliothek? Habt ihr noch... Nee, hier nicht. Hö? Dem... Im Gasthaus? Beim Wokdonalds? Nee, auch nicht. Wokdonalds? Hallo? Sind's hier Truhen? Nee. Voll schick eingerichtet. Hä, in der Zeit waren wir noch gar nicht im Wokdonalds. Mein Papa? Er ist der größte Legende? Ja, ja. Der alte Dawkin. Ach, hier! Hä? Komm, nee, ich seh diese Tage... Ah, ihr seht eine Gruppe Grünstäbe, die ich vor vier Monaten traf, zu verwechseln. Ähnlich, was war ein Abenteuer, der ich erlebt habe. Die Erinnerungen, die ich gesammelt habe, damals soll ich keine... Ja, 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 dann... Und anstatt mich hinzurichten, befordert er mich zum General. Haha, ich leb wohl noch. Wohl eine der Überraschungen, die das Leben parat hält. Cool, gib uns das eine Truhe. Und wir kriegen einen Stern zum Sammeln. Yeah. Cool. Einfach so. Ähm, dann würde ich sagen, ein Level fehlt noch für ein Achievement. Das hole ich jetzt auf Screen. Das Achievement heißt... Kurz, kurz laden. Heißt... Power-Level. Du hast Level 30 erreicht. Ups. Entschuldigung, Gras. Das hole ich jetzt, während ich kämpfe, weil ich brauche den Kampf nicht nochmal mit... mit... aufnehmen. Wir sehen uns im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.